und hier habe ich eine interessante mission nämlich wir halten zusammen zeige ich noch mal kurz die quest die quest selber ist eine nebenquest keine hauptquest und dazu sollen wir einen trakt der überläufer im zirkel füllten wald finden ich zeige es noch mal ganz kurz auf der karte ich befinde mich hier an dieser stelle da wollen wir mal gucken was da ab geht's ich meine Geh'n, guck mal! Keine! Keine im Eindruck! Kein Problem! Geben, wir sind feier! Geben, wir sind feier! Ich bin leer! Es hat vielleicht zu tun mit Leavins Truppe nahm, was sie tragen konnte und floh. Hm, nicht jetzt. Ich bin leer! RDA, Levin oder ihre Verfolger? Ich frage mich, ob... Der Treibstoff war alle. Sie sind zu Fuß weiter. Der Treibstoff war wohl alle. Sind bestimmt zu Fuß weiter. Riecht noch nach Desinfektionsmittel. Priya hat den Truck gefunden und ein paar RDA-Soldaten. Sie wollten Levin und ihre Truppe wohl überfallen. Wow, gut, dass du zuerst da warst. Sonst wäre... egal. Was ist mit Levin? Wo ist sie? Das weiß ich noch nicht. Ich geb dir Bescheid. Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Ah! Ah! Stop! Keine schnellen Bewegungen! Hey! Warte! Warte! Ich will dir nichts tun! Musst du sicher sein, dass du nicht RDA jagst? Rühren, Soldat! Shania Levin, Priya hat mich geschickt, weil euer Kontakt abgebrochen ist. Wir sollten los! Negativ. Einer meiner Soldaten wurde von einem Mistvieh angespuckt. Unser Gegengift ist beim Truck. Ich war dort. Der Sunnykasten ist hin. Verflucht! Ich werde Clark nicht im Stich lassen. Lass mich nachdenken. Lust auf eine kleine Rafferei? Ich kann sie runterlocken, aber du musst sie ausschalten. Okay. Ja. Fangen wir an. Super. Vor dieser Höhle gibt es einen guten Ort für einen Hinterhalt. Sag Bescheid, wenn du dich verschanzt hast. Ich würde gern helfen, aber Clark braucht mich hier. Schon gut. Kein Problem. Glaub ich. Ich verscheid. Ich verscheid. Okay. Hey, wie fühlst du dich gerade? Bin ich so toll? Ich hole das Gegengift. Versprochen. Tja, gut. Wenn ich unter Levins Befehl sterbe, hält sie mir das ewig vor. Nur eine Minute. Sorry. Okay. 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 Wir haben den Köder geschluckt. Haltet euch bedeckt, bis wir das Gegengift abgeworfen haben. Wir haben den Köder geschluckt. 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 Wir haben den Köder geschluckt.